Moin zusammen, willkommen zurück. Heute geht es um den von Neumann Rechner im Zusammenhang mit Assembler natürlich. Das heißt, wir wollen uns heute angucken, wie sieht eine vereinfachte Rechnerstruktur aus? Also wie ist das eigentlich alles so gedacht gewesen? Mittlerweile haben wir Multikernprozessoren. Das macht das alles ein bisschen komplizierter, aber das Schema und das Grundprinzip bleibt immer noch dasselbe. Das heißt, wir können uns daran wunderbarstens orientieren und wollen uns das einfach mal ganz kurz angucken. Gut, der von Neumann Rechner besteht erstmal aus diesen ganzen Dingern. Jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich denken, hä, the fuck, ich kenne nur RAM und Festplatte und Grafikkarte und CPU. Ja, ist ein bisschen anders, als man sich das vorstellt, aber es sind im Endeffekt immer noch dieselben Komponenten. Die Festplatte ist einfach nur ein externes Speichergerät. Das bedeutet, das findet ihr hier bei den Outputs und bei den Inputs. Also von der Festplatte kann gelesen werden und auf die Festplatte kann geschrieben werden, aber es wird tatsächlich niemals irgendwie direkt von der Festplatte in die CPU übertragen. Das geht immer nur über den Speicher. Und die CPU, die findet ihr hier in diesem Bereich. Die ALU ist die arithmetische und logische Unit sozusagen, also die Einheit dafür. Das kürzt man ab mit ALU. Und die Uhr, das gehört zur CPU dazu und die Register hier gehören auch zur CPU dazu. Das heißt, diese drei Komponenten sind die CPU. Input, Output ist auch noch zum Beispiel übrigens CD-Laufwerk, beziehungsweise DVD- oder Blu-ray-Laufwerk. USB-Sticks, Drucker, so Zeug, Bildschirm ist auch ein Output, so Sachen. Selbst die Grafikkarte ist an sich ein Output, wenn man das so möchte. Die Control-Unit ist einfach das Mainboard sozusagen, kann man sich so vorstellen, zumindest vereinfacht. Da werde ich jetzt wahrscheinlich von einigen ein bisschen was auf den Deckel bekommen, aber zumindest vereinfacht kann man sich das so vorstellen. Und der Speicher, das ist der RAM-Speicher, nicht die Festplatte, der RAM-Speicher. Das heißt, hier wird unterschieden, zwischen Register sind eigentlich auch Speichereinheiten und die sind auf der CPU drauf. Das heißt, wenn ihr euch einen neuen Arbeitsspeicher kauft, die Register bleiben dieselben. Da ändert sich nur der Speicher. Während wenn ihr euch eine CPU kauft, dann ändert ihr nichts am Speicher, sondern an diesen drei Komponenten hier. Ja, und die Register sind aber trotzdem quasi der Speicher, an dem die CPU alles hat, was sie jetzt gerade so braucht zum Arbeiten sozusagen. Okay, so, jetzt ganz kurz vor allem zu den Registern, weil wir hatten ja schon ein bisschen Assembler uns angeguckt und ich habe hier einfach mal ein bisschen was rausgeschrieben und zwar einmal dieses Moffel $0,%EBX und %EAX. So, diese Instruktion hier, dieses Moffel, Moffel und Int, das sind Anweisungen, die die Alu versteht. Das heißt, die kapiert A, Moffel, okay, mache ich doch mal. Ja, so, und jetzt hinten dran steht, was sie Moffeln soll. Also, Moffel heißt so viel wie Move. Man soll irgendwas verschieben. Und in diesem Fall soll man $0, was auch immer das ist, das ist nämlich eine Variable, in der sozusagen permanent 0 drinsteht, das heißt, das ist einfach die Zahl 0, soll in %EBX und $1 soll in %EAX verschoben werden. Okay, was genau ist das denn jetzt? Ähm, naja, ist eigentlich relativ einfach. %EBX ist ein Register, %EAX ist ein Register und zusammen, oder dann gibt es noch ECX und EDX. Das sind die vier Register, die man auf jeden Fall häufiger benutzt. Und das sind die vier Register, die quasi die ganze Zeit aktiv sind. Also, die sind immer da. Und immer passiert da irgendwas. Mehr, mehrere tausend Millionen mal die Sekunde ändert sich der Inhalt in diesen kleinen Registern. Deswegen müssen die abartig schnell sein, okay? Und, ähm, in diesem Fall sagen wir einfach, wir schieben die 0 in dieses Register hier rein. Das heißt, da ist sozusagen ein kleines bisschen Speicherplatz, gerade so genug, 64 Bit oder sowas, ähm, Platz, um da eben eine Zahl reinzuschieben. Ähm, und in EAX haben wir genauso ein bisschen Platz für eine Zahl. Schieben wir das beides da rein und dann rufen wir int, ähm, das hat nichts mit dem Integer zu tun, int $0x80 auf. Wobei 0x80 einfach hexadezimal ist, ähm, und das ist eine spezielle Variante. Erzähle ich euch sofort mehr darüber. Das heißt, dieses EBX und EAX, das sind die Register, die wir hier die ganze Zeit suchen. Und, ähm, ja, wie gesagt, ihr habt vier davon, erstmal zumindest, und dann habt ihr noch ein Stack. Dazu komme ich noch, ähm, ihr habt natürlich auch noch den normalen Speicher. Von dem normalen Speicher könnt ihr Sachen in die Register laden, wenn ihr die Adresse im Speicher kennt. Ähm, und dann könnt ihr eben in der Alu die Sachen aus den Registern hier verarbeiten. Das heißt, die Alu kann zum Beispiel verarbeiten, indem sie, ähm, Register füllt, also irgendwelche Werte da reinschreibt, indem sie zum Beispiel aber auch sagt, ich möchte addieren, ich möchte, ähm, Subdragieren gibt es nicht, da muss man vorher mal minus 1 machen. Multiplizieren gibt es, ähm, sowas in der Richtung, genau. Dann gibt es aber auch so Sachen wie logische, also das waren die arithmetischen Operationen, dann gibt es logische Operationen, das heißt ein Und gibt es, ein logisches Und, dazu gerne mal in meine Logikliste, äh, Playlist reingucken. Es gibt ein Und, es gibt ein Oder, genau solche Sachen gibt es da eben in der Alu. Das kann die machen. Mehr kann die eigentlich nicht. Und das sind auch die Sachen, die ihr in Assembler machen könnt. Mehr könnt ihr da auch eigentlich nicht machen. Ihr programmiert quasi wirklich, was die Alu machen soll. Ja, ziemlich cool eigentlich. Ähm, jetzt zu dem Int 0x80. Was genau heißt das eigentlich? Das ist ein feststehender Ausdruck und jedes Mal, wenn ich Int 0x80 aufrufe, dann führe ich einen Syscall aus. Das ist quasi von Linux eine, eine spezielle Sache. Damit sagt man, ähm, Linux, hier hast du Input, mach irgendwas damit. Und, in dem Fall sagen wir hier, ähm, also es gibt eine Reihe von Syscalls. Ich werde zu den Syscalls auch nochmal was genauer sagen. Es gibt eine Reihe von Syscalls. Und hier wählen wir einen dieser Syscalls aus. Ähm, damit ihr euch was darunter vorstellen könnt, der Syscall hier ist der erste Syscall. Also, der erste Syscall, das bedeutet so viel wie, beende das Programm. Und die 0 bedeutet, das ist der Parameter, der diesem Exit-Befehl, also dem Beenden des Programmes, mitgegeben wird. Das heißt, das Programm wird mit 0 beendet. Das heißt, so viel wie Exit 0. Und initial, oder gestartet wird dieser Syscall einfach hiermit. Das ist sozusagen eine Funktion, die ganz, ganz tief im Kernel von Linux drin ist. Und, äh, die kann ich hier einfach aufrufen und zwei Parameter übergeben. Also, die Funktion ist quasi Syscall. Und dann sage ich hier, ich hätte gerne den ersten Syscall mit Parameter 0. Ja, und das ist eigentlich alles, was das Ding tut. Ähm, das ist ein relativ simpoles Programm, das sich quasi selbst beendet. Wenn ihr so wollt, in Assembler. Ja, und es benutzt Register. Die haben wir heute kennengelernt. Wunderbar. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.